halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu greed vor wir müssen jetzt hier einen leichnam angucken weil dieser katar sagt leider seinen verletzungen erlegen wir wollen natürlich wissen was ihn umgebracht hat jetzt muss erst mal gucken wie ich da überhaupt hinkommen das war voll die sackgasse nicht unbedingt oder wollen wir mal gucken was ihnen umgebracht es ist so mega aufgerissen worden am brustkorb die kopf retains the marks of a bludgeoning da war large bruises all over it i can see no wounds that could be attributed to a blade or musket shot the main wound is found on the chest which was crushed by something tremendous to the extent that the skin has been torn and the ribs are in pieces and the organs punctured the edges of the wound are singed and smell of burnt flesh there is a powdery spot on this wound as if from ash or dusty gravel katazak bore the brunt of this attack of incredible force i would venture to say it was inhuman i can only imagine one thing that would have inflicted such a wound it's as if an enormous burning stone hit him right in the center of the chest and seeing as how the bodies of the soldiers we found were sporting wounds of a similar nature we can deduce that we are tracking a man or a creature capable of using molten rock as a weapon i can't imagine an a daig behaving like this it is not that way that they might attack careless hunters or warriors true but to attack katazak the power to call volcano fires could only be that of a guardian no simple man wields mountain fire we still don't really know who is actually behind this attack nor what they want judging by the severity of these wounds i fear the worst for constantin all your experiments you've learned so little you've learned to fear your instincts should have been enough we had to at least try are you not even concerned or angered by what happened to katazak we've grown accustomed to the loss of lives your relentless attacks and incessant treacheries all the same there is truth in your words this attack is out of place guardian and onegad would never attack one another there is a ritual that might help us anatalas fair the anatalas fair what is it tell me more it is a magical right that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform it allows the donagad who chance it to relive the last moments of an onol manawi that would allow us to at least see the face of his assassin if what i have heard is true yes to my knowledge only one donagad still living knows the ritual let's ask her for her help then she might be able to tell us what has become of constantin you are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns imagine the pain of the wounds of another shaking your body as the cold of death crushes your beating heart this is what you must ask of the tier nahak it is the price she must pay for performing the ritual when her companion was lost in battle fighting against your own she wanted to live that debt beside her since that day our tier nahak hadachtas has never breathed air with the same breath that would explain her distrust of the colonials you must make her see your purpose it may be the only way you are going to learn the fate of your cousin überzeugen mev die tier nahak hadachtas dir zu helfen okay wo ist denn die gute frau aber ich verlaufe mich hier andauernd ehrlich ich hasse ich hasse das mittlerweile ich weiß nicht mehr wo oben und unten ist und wie man überhaupt hier irgendwo lang und ich bin teilweise nur noch genervt jetzt da raus wo ich reingekommen bin bitte lass mich hier reingekommen sein ja das ist sehr schön so müssen wir dieses ritual durchführen und ja ich muss ganz ehrlich sagen ich wirke also ich weiß nicht wie ich das sagen soll das spiel ist echt schön anzusehen und die in so viele sachen sind auch richtig cool an dem spiel das muss ich ganz ehrlich sagen aber wo was ist da denn da da ist was orangenes ist in mein feuer hin ich war auf den rückweg mit den vorräten die für die expedition besorgen sollte als ich eine der kreaturen sah von denen ihr mir erzählt habt diese riesige bestie ähnelte einem hirsch aber sie ging auf zwei beiden war größer als die bäume leider bemerkte sie mich auch und stimmte auf mich zu entschuldigung ich verschluckt ich versuchte mich mit meinem schwert zu verteidigen aber es prallte immer wieder von seinem panzer ab der mir so stabil erschienen wie unsere besten rüstungen es gelang geschließlich wegzulaufen aber ihre aber ich blute stark und habe nicht mehr genug kraft um zu euch zu gelangen ich hoffe dass mich jemand findet und euch diesen brief übergeben wird sagt meine frau dass ich sie liebe so da ist er dorf sieben stunden reisen möchte mir hier irgendjemand was sagen vielleicht nö ach die die oh mein gott ich weiß ja nicht hallo mev renoixi renoixi why have you come here again i've come to ask for your help my help you still seek the remedy for the sickness on your island or are you looking for something else my cousin has been taken and i've been told that you could help me truly and in what way by performing the annatalis fair on the body of katasak the donegad katasak is dead katasak is dead undervush direi von Molten Rock. Fire of the Earth? Only the Nadaig-Manaemen have the power to wield it. But none of our own would have attacked Katasak. This is why we need your help. We want to understand and to find who's responsible. And you will avenge the dead as you have avenged my wound in the past. Very well, Ranoixi. I will help you. And I also wish to gain understanding. Our island wails in suffering. Many Sinol-Manawi have died. The Anatala's fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendijk and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And... Listen and remember. Or write in your language what I shall tell you. Do not forget. The viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield. Because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasak. Find his weapon. Because it knew his fury and his despair. He didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. Where can I find him? In Doren's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. You'll find me there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. I have everything. Then I go to the ritual site. In this case, let's go together to the ritual site. The place of the attack is not far from Doren's camp. Very well. I'll follow you. I can't do that. So, I still have nothing. Ok. Then I go to the ritual site. Ahhhh... So. Hmm, the weapon for the ritual. Ahh ok. Ach, she is here? Ok, ok. Ok. Dann wollen wir mal. Wo soll das denn jetzt gewesen sein? Beschaffe Eingeweide eines Aaswassers vom Ort des Angriffs in der Katasachs Waffe. So, wird mir das jetzt angezeigt? Genau, schön. Weil ein Feuer werde ich dann ja definitiv irgendwie finden auf dem Weg. Denk ich mal. Ich hoffe, ich bin richtig. Nein! Ach! Nein! Oh mein Gott! Äh, wo muss ich denn da am besten... Oh, hier ist aber die Rechte! Da ist direkt ein Feuer! Oh, da ist direkt ein Feuer! Warte mal, dann kann ich hier eigentlich direkt den Trank bauen. Ähm... Oh! Ich bin hier aber weit weg! Okay! Hier ist irgendwo direkt ein Feuer gewesen! Ne, warte mal! Wenn ich jetzt hier weitergehe, da ist das Feuer! Da! Dann kann ich jetzt hier erstmal diesen Trank machen. Ach, da fehlen mir die Aasfresser-Organe für! Okay, gut! So, ich bin jetzt am Lager des Steinbogens und es sollte jetzt von hier aus jetzt nicht mehr so weit sein. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wo ich dann hier am besten hochkomme. Hochgehe. Ah ja! Ich könnte jetzt hier rückwärts gehen und dann... okay. Regenäre so ein Funktion зам To my health... And death to n die others. With no magic yet. Drink a potion. Und jetzt? Hier lang, vielleicht? Ach ja, hier ist die... Nein. Ich muss da lang. Hä? Dann hier lang. Und dann wieder hier. Was? Bin ich ganz blöd gerade? So, warte mal. Ich muss hier hin. Hier hin. So, wie tue ich das jetzt? Ich mache jetzt hier eine eigene Markierung. Hab ich mich jetzt erschrocken. Mein Gott, ey. Ach, ich muss über diese blöde Brücke drüber. Ach. Ja, dann muss ich da hinten lang, wenn ich über die drüber muss. Meine Güte, wie kompliziert, ey. Hab ich mich gerade vor diesem Scheiß Hirsch da erschrocken. Schaut mal, ob man jetzt hier einfach sowas aufsammeln könnte. Oh, jetzt müssen wir noch weiter. Oh, jetzt müssen wir noch weiter. Monster? Oh mein Gott. Hopp. Ich muss jetzt... Die Musik hört sich ein bisschen an wie Baselwitscher. So, hier müsste es doch jetzt gleich sein. Oh nein. Oh nein, hier haben wir schon. Uffolo! Kommen wir grad nicht weg? Okay, das kommt gar nicht bei den Biefen. So. Astrisse Organe. Einmal, zweimal, dreimal. Und da ist auch direkt die Waffe. Huchala. Braue den Trank für das A an. Braue den Trank für das A an. Dann machen wir mal einen Alchemist Stadt Higmet in Digidenses Lager. Digidenses Lager, oder? Komm. So. Oh. Triff dich im Mitternacht mit Kmä. Witz. Achso. Schlafen. Muss ich jetzt echt hier wieder... Hä? Ne, ich hab ne gute Gruppe. Tut meine Gruppe gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier wieder wegkomme. so. Hier so gar nicht? Okay. Ach, da kommen sie. Ich dachte schon, die kommen überhaupt nicht mehr hinterher. Oh. Oh, hier war irgendwo der Kreis. Ich glaube hier. Jawoll. Ja, bin ich mal gespannt. Hier is what you asked me to bring. This is good. The moon is hoi. We may start. Take your place. Katasar, we have come to learn the truth of your death. didn't learn how to do his fate. We see it from people who are rescued. We have come in pure honesty. Why don't we see the religion that you were chased? Up we shall stand. The world is trapped. Then quand that art was ruined. Them gì we haven't disrupted. Do you have one thing that you are blessed? Do you like playing the river? Let's go. Adota Laman konnte bei Damm, und Antelam verfragt, dann geht's! Cool, wir sehen das auch! Was ist das? Das Monster? Warum ist es attacking uns? Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht. Es ist als wenn es dich rauskommt. Es will dich. Du solltest nie das tun, Katasak. Für einen, Renekse, du hast uns alle in großartig. Sein Gehirn ist anders. Er bekommt schlecht. Du hast den Bord des Todesbringers gebrochen. Was ist passiert mit dir? Geh ihn! Komm schon! Ich kann nicht glauben. Er hat zurückgebracht. Wer hat? Finbar. Der High King. Wir dachte, er war tot. Er disappeared seit Monaten. Ist er der Attacker? Und was von Konstantin? Habt ihr gesehen, ein junger, blond-haired Mann? Er war sick. Ja. Der Golden Herd war da. Und er hat Angst. Katasak protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. How are you feeling? Better. What are you going to do now? If I want to have any hope of finding Konstantin, I must follow Finbar. I have no choice. I will need to return to his sanctuary in the north of the island. He must be hiding there. You know where he is? Yes. But I wasn't able to enter. I have one seed, but I need another. Finbar is a very powerful Donegad. As well as being the High King. He has access to knowledge that even I cannot attain. He has seen the true face of Enol Mil Frichtiman. His secrets must be well kept. And he would only have shared them with those he loved the most. Yes. I must find Serah. She is certainly the only one to know which seed is needed. Thank you, Mev. You have helped us greatly. Do not thank me. I have not done this for you, but for Katasak. In order to satisfy my curiosity, I betrayed my king. You will find him and confront him no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. Okay. Das hat sich ja jetzt nun wirklich erledigt. Finbar hat also jetzt da angegriffen und hat Konstantin entführt. Warum und wieso, wissen wir nicht. Und es hat sich auch so angehört, als wäre trotz alledem noch ein Monster dabei gewesen. Zusätzlich zu Finbar. Ähm. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich noch Serah. Das heißt, wir können jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Ja, betritt Finbars Heiligtum. Das ist ja sehr schön und gut, aber... Ich glaube, ich muss erst mal Serah finden. Ich glaube, das muss ich jetzt erst mal halt machen. Ich glaube, dass ich ein paar Sachen herstellen kann schon mal. Vielleicht ein bisschen Munition. Da. Und wieder Belebungspulver. Ein Heiltrank. Magietrank kann ich jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich noch Punkte zu vergeben. Da würde ich jetzt natürlich weiter auf Magie gehen. Und habe ich hier noch was? Ja, hier habe ich noch was. Charisma. Was ist das? Stärke. Handwerk. Intuition. Ja, dann gehen wir auf Stärke. Okay. Na, dann suchen wir jetzt Serah. Ich entschuldige mich schon mal fürs Knacken im Hintergrund. Das ist wieder mal meine Heizung. Und so you have left the cavern, Ranaikse. Und hier bist du wieder. Ich habe keine Ahnung warum du plötzlich versucht uns in zu lassen. Aber es dauert wenig. Ich muss wissen, was Second Seed required ist, um die Tür zu der Sanctuary zu öffnen. Jetzt, mehr als immer, wir müssen finden Vinbar. Er sleut Katasach. Und er hält meine Cousin captive. Vinbar würde nicht haben Katasach. He respected him. And why would he bother with your cousin? I have no idea why. But I know this to be true. The Türna Hakkadaktas revealed this to me. Would you accuse her of lying? No. You are the one who lies like all the other Ranaikse. And I thought that I could trust you. I should never have let you enter the cavern. And even less have allowed you to leave there alive. Eight more! V-Z- Oh, mein Gott, nein. Ah, mein Gott. Jetzt weiß ich auch, was das die ganze Zeit hier war. Immer wieder. Mein komischer Wecker da hat. Ah. Na ja, gut. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich habe vergessen, den Ton von meinem Wecker auszumachen. Oh Gott. Na ja, gut. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.